Hallo Leute! Willkommen zur zweiten Aufnahme von Curfewer. Curfewer. WTF? Ich hab Probleme. Ja, ich hab Probleme, Mann. Ähm, im letzten Part hat der Part ja ziemlich komisch geendet. Jetzt ist mein Handy gegen Ende runtergefallen. Äh, von meinem Protest. Heuer! 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 Wer ist fetter, Colli? Hey! Nein! Nein! Gar nicht! Oh Mann! Sag nur was! Komm, trau dich! Es mach! Nein! 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 Huh! What the hair tag? Nein! Oh! 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 Ich wollte nicht nur mit dem Gefühl. Mann, wie so lecken. So. Irgendwie. Wie viel ein Bauch, du? Komm, Junge! Hey, wenn ich schnappe, ich kann. Mika! 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 Du weißt schon, dass ich gerade aufnehme, oder? Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Sorry! Jetzt kann doch nichts. Sag auch was. Was? Er traut sich nicht. Dominik traut sich nicht zu sagen. Warum? Keine Ahnung. Junge, ich schwitz einfach. So, an die... An das Langsamkeits... Jo, hier ankommt niemand. Null. Ähm. Ja, der letzte Aufnahme ist ziemlich komisch, Ente. Dachte, ich muss noch eine aufnehmen. Ho, ho, ho. Alter, du leckst... Du hast geleckt! Das lass ich nicht auf mir sitzen, Mann. So. Hör, du leckerst! Du leckerst! Du leckerst! Hör, du leckerst! I wish! Ja, ich war auch mein aufnehmen. Du leckerst! Dachte zu mir war. Aber da bist du leckerst! So, das ist ein... ...Gegrafenkorb. Oh! Oh, du bist fett! What?! Alter, das legt einfach übel. Ich hoffe, diesmal fliegt mein Handy nicht runter. Nein! Finger weg! Daumen weg! Ich war nicht! Mann! Zeig deinen Arm schon damit! Hör auf! Aua! Du schlägst mich ab! Komm, guck mal! Colli, guck mal auf die Füße! Ich hab ne Katze gemalt! Oh, ne, geht's auf! Kannst du bitte aufhören? Du schlägst mich ab! Du schlägst mich ab! Dann hängt die jetzt weg! Normal! Parallel, parallel! Parallel und Bersung! Oh, ne, geht's aufhören! Oh! Oh, ne, molle! Hey, die Witzka! Hey, die Witzka! Und hier, die Witzka! Ich hab' noch drei Runden. Oh, ne, die Witzka! Dann hab' ich noch drei Runden! Dann hab' ich doch gar nicht viel Runden! Willst du Pizza essen? Ich hatte viel Pizza gelesen. Davon bin ich jetzt dreifach schnell! Alter! Dreifach muss ich dir mal vorstellen! Wo ich da so... Extra 3! Ihr solltet mich lieber nicht schrägeln. Hast du so... Ein S? Oh! Oh Scheiße! Ich sag's mir nach der Aufnahme! Ah ah! Doch nicht! Hör auf! Hör auf! Nicht doch nicht! Hör auf! D Ufer sein Schleder! Hör auf! Da find ich mal schnell rein! Musst nur noch kurz die Welt Renten, danach hab ich verlohren. Wir wollen den. Jül! Also, das war's dann. Doch nicht!